Vor rund einem Jahr hatte ich schon mal ein Video in diesem Ort hier gedreht, ohne dabei zu sagen, wo ich eigentlich bin. Nun gut, gleich sage ich es aber. Tja, und hier steht man vor dem Eiffelturm. Ja, sind wir denn in Frankreich hier? Nein, ich bin hier nicht in Frankreich, sondern nur rund 10 Kilometer von Bremen entfernt, und zwar in Achim. Was mir in Achim auffällt, es scheint mehr Bänke als Banken zu geben. Auch hier, Bänke, 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 Bänke. Und die Bank hinter mir hat es auch schon dicht genagelt. Dabei steht der Aktienkurs doch immer noch bei 10 Euro. Ja, jetzt sitze ich schon wieder auf so einer Banke. Sage nicht bitte, sondern danke. Ich würde mich ja gerne in dieses Auto hier reinsetzen, aber dann kann ich mich ja nicht selber filmen. Oder doch. Nun ja, jetzt sitze ich drin, aber vielleicht sieht man das auch nicht. Ich sehe hier keine Kinder spielen, aber dort parkt ein Auto. Doch was ist das hier, das so aus dem Boden ragt? Solange das Wasser sprudelt, wird es uns doch gut gehen. Hier wird gebimmelt und gebammelt. Hört ihr das? Es sind ja immer nur unterschiedliche Impressionen, die ich zeige aus einzelnen Städten. So wie heute mal aus Achim. Aber das soll es jetzt gewesen sein. So einiger影片. So einiger. Da wer bin.